so hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge city skylands hier auf pickleaway.tv und zwar habt ihr schon bereits gesehen dass wir die stadt so weit sie ziemlich gewachsen ist wird jetzt mal fast behaupten so was jetzt auf jeden fall mal machen ist die stadt ein wenig erweitern was hier passiert ist passiert immer mal verlust so 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 Genau so, hier, Wasser zu kommen. genau so wir haben hier weil wir müssen unbedingt wir haben ein ganz großes problem an einwohnern so 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 Das ist eine Schnucke. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Um... 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 Mehr ist gar nicht gut. Wahnsinn. Teufel? Okay. Das läuft. Okay. Das war's für heute. Hä? Ist das jetzt wirklich tatsächlich? Was ist denn jetzt bitte? Das piegelt sich doch wieder ein. Hm... Ich bitte euch. Das piegelt sich wieder ein. Kurz mal den übelsten Schrägen gehabt. Gut. So. 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 Das piegelt sich doch wieder bedenkt. Gott sei Dank. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020